Das ist eine Containerstattung. Ja, stimmt. Ah, das war auch lustig, ne? Da waren wir schon mal. Ja, dann gehen wir da hin. Aber das nächste Mal würde ich mich gleich auslocken. Da hat sich nicht richtig gekriegt, ja. Ich meine, die Mörder noch töten, um zu rächen. Die Eltern noch, aber wenn die weglaufen oder sowas hat es ja keinen Sinn. Ich dachte, ich hole die vielleicht noch ein, aber... Na, was? Ja, noch eins praktisch. Wir sollten mal zusammenbleiben oder so. Ja. Ich bin autorisiert. Nur Wracks, glaube ich. Doch, da hinten steht eins, glaube ich, oder? Ist das ein Wrack? Ich kann es nicht sagen. Nein, der landet zuerst bei der Waffe. Oh, 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 oh. Ich gehe ins Lagerhaus. Wow, ich werde schon beschossen hier, glaube ich. Ja, geil. Ein Schuss, ey. Am Leben, glaube ich. Naja. Ja, du ist tot jetzt, oder? Ja, ein Schuss down und ein Schuss tot. Oh, ja, ja, ja. Waffe, waffe, waffe. Es, KS. Also, solange nur einer tot ist, können wir es noch versuchen, auf jeden Fall. Wenn ich hier nicht zurückgehen kann, warum nicht? Da oben auf dem Container ist er. Oh, was? Oben, über dir, über dir direkt. Und kann ich denn hier nicht weiter? Oh Gott, hier sind die scheiß Kisten. Ach, scheiße, ey. Ach, Mann. Wo ist der? Oben auf dem Container. Direkt auf dem gelben. Oh, oh, ich habe ihn ausgenommen. Links da. Puh. Sander. Von da. Oh, ja, aus der Garage. Die Entdeckung. Die Besten 210 da. In der Garage. Du hast halt schon heilen. Muss reloaden, muss reloaden, muss reloaden. Ach so, er kommt. Kommt. Oh, der Däck. Noch zwei Kuchen. Kann ich hier nicht einfach in den Fuß beißen, wenn sie so neben mir steht? Dann können sie dir aber auch in den Fuß beißen. Kommt noch einer? Wo, 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 von wo? Kannst du sagen? Unter den Container. Kannst du Rissi aufheben? Ja, warte, ich versuch's. T-T. Hinter mir. Auf dem Container. Oh, auf dem Container. Da oben springt er. Ich habe ihn ausgenommen. Sauber, okay. Vielleicht noch ein zweiter. Ich habe ihn auch. Sind beide tot. Sauber. Nice. Hui. Der hat dich richtig schön nicht gesehen. Ist an dir vorbeigefunden. Ja. Aber. Ich glaube, sind es für dich tot gewesen. Ich habe schon mal Schmerzmittel. Verzeihung, Scherzmittel meine ich natürlich. Oh, Gott sei Dank. Erst mal ein. Oh, Rucksäcke. Ja. Haben die jetzt was gehabt eigentlich? Hier ist ein 8-Fach-Skog. Braucht das jemand? Oh ja, das wäre gut. Ich habe eine SKS. Ich habe nämlich noch gar keine Waffe dafür. Wo, wo war das jetzt? Bei dir? Ich habe es dabei. Warte. Ah, okay. Ja. Danke schön. Eine SKS-Skog ist auch das gekommen. Bitte was? Eine Muni hast du? Äh, nur noch 11 Schuss habe ich noch. Dann gebe ich dir was ab. Okay. Ja. Dankeschön. Ah ja, das ist auch gut. Boah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Diese Action. Action. Ob wir jetzt hier clear sind? Nicht für die Zone. Ja, okay. Ich bin etwas. Was, Zone? Ah, oh Gott. Ah, T-Shirts. Nur T-Shirts. Dieses Labyrinth hier. Das macht mich so kirre mit den Containern immer. Ich habe mich schon reingeguckt. Ach, Alter, die Güte. Da sind kleine Häuschen. Da gehe ich mal hin. Da waren, da waren drei Helden. Äh, GMC. Ja, da wollte ich gerade hin. Und dann bin ich... Oh, ist eine AK? Ich bin noch nicht so gut im Springen wie du. Möchtet ihr jemanden haben, die AK? Ich habe eine gefunden schon. Nehme mal die Muni mit. Ah, das ist auch schön. Hier ist eine Scar hier hinten. Warte mal, ich habe doch Verbände. Ich muss mich mal heilen. Und eine M16. M16 habe ich gerade schon gefunden. Und eine M416. Ich glaube, ich nehme jetzt die M416 mit statt der AK. Kann ich jemand anderen die AK Muni geben? Ich habe auch jetzt noch eine M16. Der braucht die auch für sein SKS. Genau, ich kann dir auch M16 Muni abgeben. Sieht sehr elegant aus, Genity. Gut, dass das keiner sehen kann. So, nochmal hier reingucken. Nichts. Ich glaube, wir müssen auch schon wieder so langsam dran denken, dass wir uns bewegen. Weil wir müssen ein kleines Stückchen laufen. Ich weiß nicht, beim Abspringen vorhin habe ich geglaubt, ein Auto gesehen zu haben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, ich könnte ja da mal schon mal hinlaufen, so ein bisschen. Mal gucken. Ich würde jetzt jemand anderes zugucken, würde ich sagen, okay, das geht ja noch. Warte mal, da ist ein Held. Wer es richtig kann, der denkt natürlich, ja. Ja gut, wer es richtig kann, der weiß es immer besser, insofern. Das hilft einem aber meistens in der Situation auch nicht. Hinterher ist man ja bekanntlich auch immer schlauer. Nee, ich glaube, das war ein Wrack da. Ja, das ist ein Wrack, was ich gesehen habe. Nochmal hier. Ich bin hier hoch, dann kann ich hier nicht hoch. Das sind Freckse gewesen. Freckse. Freckse. Schade, dass man den Traktor nicht fahren kann. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich hier nochmal in das Haus gucken. Die Zone kommt jetzt übrigens. War das jetzt ein Auto oder war das ein Wrack, was vorher gesehen hat? Das war ein Wrack, es war ein Wrack, es war nichts. Da drin. Endlich Heilung. Oh, warte mal, das ist nur eine Akarmonie. Ersten First Aid Kit gerade gefunden. Oh Gott. Bombing so ein Scheiße, auch das noch. Soll direkt unten an der Military Base entlanglaufen. Ein Ernst, die Hilfe brauchen wir. Bin ich noch... Ja? Da hast du schon. OMP habe ich und ne... Brauche halt die, die, die MT-16 nicht. Noch eine Vierfach-Suche. Ich gehe mal lieber von den Fenstern weg jetzt. Hier ist noch 5, 6. Ey, scheiße, wir müssen sowas von weg hier. Wir müssen sowas von weg. Wir müssen laufen. Soll ich da drauf wechseln? Scheiß Bombing Zone. Warum denn jetzt hier? Oh ja, gut her. Hast du, was hast du für eine Waffe, Tracy? M4-16 habe ich. Kann dir was abgeben für die Scar? Ich weiß nicht, ob ich die Scar... Ja, ich nehme die Scar. Weil ich habe auch AK-Munition sogar dabei gehabt. Alter, die Zone ist fast da, ey. Wir müssen raus. So viel. Wer ist denn? Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Es waren 230er Stacks, die ich noch hatte. Da oben ist ein Auto. Wo, wo, wo seid ihr? Hinten. Wo ist denn da oben jetzt bei dir? Markier das mal bitte. Ne, warte. Ungefähr da. Was bist du nochmal? Du warst... Gelb. Ich fahr's einfach lang. Okay, alles klar. Weil ich bin nämlich, glaube ich, ein Ticken näher dran. Hätte jetzt sonst nämlich ein Boot gesucht, aber... Ich glaube, das Auto ist besser. Obwohl, ne, es könnte aufs gleiche bei rauskommen. Ich glaube, ihr seid sogar näher dran als ich. Hast du deine Waffen schon weggesteckt? Naja, ich laufe ohne. Oh shit, da kommt die Zone. Ich habe übrigens noch einen Extended Quickdraw für AK oder sowas. Also AR halt. Und normales Quickdraw. So, die erste Zone ist das jetzt. Die macht ja noch nicht so viel Schaden. Das können wir noch überleben hier. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Und los! Die Frage... Ach, 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 einfach. Erstmal in die Zone, erstmal in die Zone. Alles andere ist erstmal hoch. Direkter Weg. Das ist ja die Frage. Ja, aber direkter Weg einfach. Direkter Weg ist blau. Äh, das hört gerade aus jetzt. Wir haben einen vollen Tank. Das ist gut. Die sind nämlich, seeh nämlich alle nicht mehr ganz so gut aus. Mal Richtung blau. Dann kann ich direkt an das Gebäude verziehen. bei den bergen bisschen aufpassen nein 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 weißt du was auch witzig ist man kann auch einfach mit donkey gespielt und so zum spaß ich habe noch auch scheiße das ist das ist gefährlich ist noch relativ weit weg eigentlich von der ich hab nicht mehr so viel leben ja auch nicht oh gott scheiße ja ja nein ich habe kein boost item scheiße fahr weiter fahr weiter fahr weiter schnell einfach weiterfahren ja ja habe ich wir könnten uns jetzt schnell heilen alle wenn ihr was habt ich habe nix mehr ich habe energy drinks ich habe halt nur noch bandagen und ernst hilfe ich habe schon ich habe schon ich heile ja ich habe es dabei gehabt damit habe ich leider nichts mehr zum heilen jetzt ich habe nur noch ein paar bandagen wir machen es halt spannend wir müssen über die brücke wir müssen zur brücke kannst am besten gelohnt da anzuhalten da gibt es extrem viele mediklips fahr am besten gleich direkt durch in die mitte hier am besten dahin würde ich sagen und dann da vercampen wenn da noch keine sind die ganzen lager ja aber ich habe auch noch nicht mehr also ich bin half live schon wieder und nicht mal tötet uns glaube ich weil die zone geht ja auch gleich wieder weiter das ist ich meine hier ja ach so welchen motorrad vorbeigefahren von rechts nach links dafür noch das ist ein stück weg vom rand der zone oder da ist ein auto schon mit anderen lichtern habe ich mit eines lichtern gesagt mit anderen lichtern mein gott was ist denn jetzt schon wieder los es geht schon wieder sehr lange das hier rein oder ja ja das hier war gegen die bahn nichts gibt es hier irgendwo was zum heilen hoffentlich hattest du die tür da drüben aufgemacht ja okay daumscheiner versuch kannst du runter kommen denn du bist tot scheiße kannst du runter kommen ja dreck ich habe nur einen gesehen aber habt ihr eine granate ich habe moment ne hab keine ich hab ne he sogar nachdem ihr ne tür aufgemacht habe ich ne tür aufgemacht habe und alles sonst ja zu war habe ich nicht vermutet dass da ein haus sitzt scheiße da sitzen sogar zwei mindestens da geh ich da nicht hoch die können von mir aus hocken bleiben runter dann da unten ist eh nichts mehr die haben schon gelootet sie hat ja ne granate kannst du da hochwerfen von drinnen wa ich habe halt nur 30 schuss für die scheiße hallo die treppe hochwerfen dir kommt einer runter oder weiß nicht mit steuerung schleichst du noch leiter mhm wirkt sie am besten da oben da hoch mhm die ist nach hinten geflogen auf die andere seite noch eine war das jetzt ne splitter oder flash splitter das war so klar der spielzeit hat nach oben und es fliegt natürlich nach unten naja ein hoch auf die kollisionsabfrage ja ich weiß nicht also wir könnten versuchen sie zu rushen aber das bringt glaube ich nix lass die einfach da oben hocken ey ohne witz das einfach irgendwie ins andere nachbarhaus erstmal hier ist glaube ich eh nichts mehr die haben das alles gelootet ohne spaß jetzt durch das fenster komm hier wärs nice gewesen ja ich hab's mir auch grad gedacht aber jetzt hab ich keine mehr naja das ist halt ein ziemlich großer raum dann deckt man ganz schwer mit granaten ab ich könnte halt versuchen auf einen hier aufm berg hoch und dann von da rein zu snipen ja so wie zu dem thema ja kannst du vergessen das war scheiße du hast hoch rennt die treppe aber am besten hoch mit der ump ja die denken jetzt dass du da auch du hast bessere chance du hast bessere chance wenn du die treppe hoch rennt ich glaube ich mit der ump dann ja was hast du von der zweite waffe ja ump ja ump wird halt stehen bleiben wenn du hast du noch eine flash oder eine smoke rennen wir Richtung spielbär und dann läuft er zum haus hin und schlecht den ganzen weg dann gucken die aus dem fenster ja einer ist draußen pass auf das gelände da fängt sehr viele kugeln wie mache ich das am höchsten ein rasch rückwärts die treppe hoch gehen und dann hoffen dass die an einschleichen kannst jetzt rein einfach hoch jetzt kannst du jetzt eh die treppe verlieren vielleicht sind sie gesplasht vielleicht links m416 hat mich gekrossen